Griechischer Wein ist so wie das Blutfeld. Die Welt nimmt Abschied von einem ganz großen Künstler. Udo Jürgens ist im Alter von 80 Jahren an Herzversagen gestorben. Zu Ehren der Schlagerstars ändern sowohl die ARD als auch das ZDF ihr Programm. So zeigt das Erste am Montag um 20.15 Uhr noch einmal die WDR-Dokumentation Der Mann, der Udo Jürgens ist. Das zweite strahlt erneut die Gala aus, mit der das ZDF Ende September Jürgens 80. Geburtstag gefeiert hatte. Ich habe nie Pläne gemacht für die Zukunft. Ich habe sie mir auf mich zukommen lassen und dann entschieden, was ich tue und was ich glaube tun zu müssen.